Omikron in Dortmund, Virus verbreitet sich ohne Kontakt zwischen Infizierten. Äh, äh, ja, egal. Da seht ihr mal, wie gefährlich das ist. Lagebericht aus Sachsen-Krankenhäusern, Patienten merken nicht, dass sie schwer krank sind. Ja, dann merkt ihr mal, wie schlimm die Krankheit ist. Man merkt es nicht, ja, man merkt es nicht. Ja, man wird 104 und merkt gar nicht, dass man eigentlich mit 20 schwer krank geworden ist. Ja, das ist schlimm.